Hallo und herzlich willkommen zurück zur Theoretischen Informatik. Weiter geht's mit Grafen. Letztes Mal habe ich euch gezeigt, wie man einen Grafen tatsächlich schön darstellen kann. Also grafisch eben, ha, grafisch, grafisch hingemalt sozusagen. Und dieses Mal möchte ich euch eben diese Adjacenzmatrix zeigen für einen Grafen. Ich versuche mich hier gerade nochmal, beziehungsweise ich zeige euch einfach das Bild von letztem Mal. Also das wäre das hier. Und ja, was das ist, ist folgendes. Also wir haben hier einen Grafen mit den Knoten h, k und b, mit den Kanten von h nach k, von k nach b und von h nach b. Der hier interessiert uns jetzt mal nicht. So, jetzt machen wir folgendes. Wir nummerieren diese Grafen, beziehungsweise diese Knoten durch h ist 1, k ist 2 und b ist von mir aus 3. Wenn ihr wahre Infos seid, dann wollt ihr vielleicht bei 0 anfangen. Mir ist das ehrlich gesagt wurscht. So, und was wir jetzt machen, ist folgendes. Also wir hatten hier h, k und b. Ich versuche das hier gerade nochmal einfach so hinzuschreiben. Wir haben den Grafen g gleich, dann hier eine Klammer, ve, also v ist ja eine Menge, das heißt wir haben hier diese Menge aus h, k und b. Und dann haben wir hier noch die Kantenmenge, nämlich auch wieder eine Menge von Tupeln, h nach k, h nach b. Die Reihenfolge ist aber ja natürlich egal, das ist völlig wurscht, wie Romier das macht. Und Köln nach Berlin. So, das ist jetzt unser Graph, das hier sind die Knoten und das hier hinten dran sind die Kanten. Okay, jetzt schreiben wir das Ganze um, nämlich in Zahlen. Denn mit Zahlen kann man es einfacher rechnen, beziehungsweise sich auch einfacher dann später als Matrix vorstellen. Okay, wir haben hier dann von mir aus einfach, ich fange bei 0 an, 0, 1 und 2. Also h ist dann einfach 0, k ist 1 und b ist 2. Ihr seht, das wird schon ein bisschen abstrakter hier. Ja, und dann haben wir hier nicht mehr h nach k, sondern wir haben 0 nach 1. Dann haben wir hier 0 nach 2. Und wir haben 1 nach 2. So, und ja, jetzt haben wir hier diesen Graphen g umgeschrieben in eine andere Darstellung. Wir haben nur drei Knoten. So, und jetzt machen wir das Ganze mathematisch. Und da kann man dann tatsächlich die Mathematik anwenden, die ihr wahrscheinlich auch in der Uni gelernt habt. Ich werde euch die Mathematik vielleicht irgendwann anders beibringen. Auf jeden Fall nicht gerade jetzt. So, das hier ist jetzt erstmal die Identitätsmatrix. Da dürft ihr dann einfach mal nicht darauf achten, was jetzt hier kam. Das brauche ich einfach so zum Einfügen. So, jetzt haben wir hier eine 3 x 3 Matrix. 3 x 3, also sie sind immer, ja, 3 x 3, wenn wir drei Knoten haben. 4 x 4, wenn wir 4 haben. Also das ist eigentlich relativ easy. Und jetzt haben wir hier 0 und 1. Also haben wir von 0 nach 1 eine Kante. Und wie stellen wir das dar? Naja, okay, wir sagen einfach hier 0 nach 1. Also muss hier eine 1 rein. Das ist eine Binärmatrix eigentlich. Also es können nur 0 oder 1 drin stehen. Dann haben wir von 0 nach 2 eine Kante. Und wir haben von 1 nach 2 eine Kante. 1 ist hier und 2 ist hier. So, und ja, jetzt haben wir das Ganze schon. Wenn jetzt hier noch Klammern drumherum wären, wäre ich echt glücklich. Aber ich glaube, das kriege ich so nicht freiwillig aus dem Programm raus. Oder kriege ich? Ne, nicht wirklich. Okay, ja, dann muss es dabei bleiben. Ne, schade. Okay, wir haben hier einfach eine Matrix, die uns angibt von wo nach wo. Also das hier ist quasi eine Repräsentation des ganzen Graphen, kann man so sagen. Wir gehen hier von 0 nach 1. Das heißt, wir können es einfach mal versuchen, andersrum zu lesen. Wir lesen jetzt diese Matrix und versuchen, auf den Graph zu kommen. Wir haben hier die Ausgangsknoten, also 0, 1 und 2. Und wir gehen zu Knoten 0, 1 und 2. So, wir haben eine Kante von Knoten 0 nach Knoten 1. Das wäre dann die hier. Wir haben eine Kante von Knoten 0 nach Knoten 2. Und wir haben eine Kante von Knoten 1 nach Knoten 2. Wenn ihr bei 1 angefangen habt, hat sich das natürlich einfach alles um 1 verschoben. Okay. Und was man jetzt damit eben machen kann, man kann sie, ja, man kann da teilweise ein bisschen was mit Mathe machen. Oder man kann auch einfach nur versuchen, seinen Graphen viel, viel spärlicher darzustellen. Also ich meine, hier reicht es ja jetzt, wenn ich sage, also es gibt in vielen Programmiersprachen Möglichkeiten, Matrizen darzustellen, die wenige Einträge haben. Oder auch viele Einträge, je nachdem, wie voll eben euer Graph ist. Aber was man hier auf jeden Fall machen kann, man kann gucken, ob der Graph gerichtet ist oder nicht. Hätten wir jetzt nämlich hier noch 1, 1 und 1 stehen, dann würde das bedeuten, wir haben von 0 nach 1. Aber wir haben auch von 1 nach 0. Ihr erinnert euch, das wäre dann genau diese Möglichkeit hier, von 0 nach 1 und von 1 nach 0. Das heißt, wir haben hier eine Kante in beide Richtungen. Also ist diese Kante hier schon mal ungerichtet. Und wenn wir das eben für jeden haben, hier, von 0 nach 2 und von 2 nach 0. Und wir haben von 1 nach 2 und von 2 nach 1 haben wir auch. Dann haben wir jeweils hier in beide Richtungen eine Kante und haben dann tatsächlich einen ungerichteten Graphen. Das heißt, das kann man sehr schön aus dieser Adjacenzmatrix ablesen. Ich schreibe euch das Wort gerade mal hin. Adjacenzmatrix. Das heißt, das hier kann man wunderbar ablesen. Und ja, ich tue das gerade mal wieder rückgängig machen hier. So, und was bedeuten diese Dinger hier? Das bedeutet ja, von 0 nach 0 eine Kante. Jetzt geht es überhaupt? Ja, das geht. Das nennt sich dann Schleife. Und da werde ich euch dann gerade mal noch einen aufzeichnen mit einer Schleife. Das kann auch ein einzelner sein. Das hier ist ein Graph. Ein vollständiger Graph sogar. Sagen wir einfach mal, der hier hat den Knoten 0. Und eine Schleife. Von mir aus. Dann machen wir das so. Das hier unten bitte ignorieren. Das war gerade keine Absicht. Eine Schleife sieht so aus. Wir haben einfach einen Graphen mit einem Namen. Also einen Knoten mit einem Namen und einem Pfeil auf sich selbst. Und das ist dann tatsächlich hier in der Adjacenzmatrix eine 1 auf der Diagonalen. Ja, wo die Schleife ist, ist dann natürlich bei 0. Weil wir hier 0 auf 0 gehen. Hier gehen wir 1 auf 1. Hier gehen wir 2 auf 2. Okay, so kann man also relativ easy ein paar Sachen entdecken. Gut. Ja, an dieser Stelle möchte ich euch dann einfach mal auf meine anderen Videos verweisen. Ich habe einen Automaten in Java programmiert. Ja, einfach mal suchen. Oder ich verlinke den hier direkt auf dem Video. Und einen Baum haben wir auch gemacht schon in Java. Das ist dann natürlich beides eine Möglichkeit, wie man aus Graphen tatsächlich dann irgendwelche Anwendungen macht, die dann auch wirklich schnell relevant werden. Also Automaten sind wirklich Standard in der Programmierung. Die braucht man ständig. Und ja, nächstes Mal geht es dann eben weiter. Also es kommt drauf an, welches Video ihr jetzt nächstes guckt. Aber wahrscheinlich mache ich den Dijkstra-Algorithmus. Die man den kürzesten Weg in einem Graph findet. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Und sucht nach den anderen Videos. Kleiner Tipp. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.